Wohin führt uns jetzt diese Reise, die schwebende Reise, zu unserem Orden, zu dem Papierboden und wir verlassen die in uns, in das unbekannte Gefühle. Und hier endet wohl die Story. Und hier endet wohl die Story. Und hier endet wohl die Story. Ich kann hier noch erstmal Pause machen. Aber was ist das jetzt? Und hier endet wohl die Story. Okay, aber es scheint das Spiel nicht abgebrochen zu sein. Wir werden jetzt wohl nichts mehr Großartiges haben. Ja, liebe Leute. Ich hatte aus Versehen das Spiel beendet. Deswegen nehme ich jetzt nochmal ganz kurz was auf. Das war das Spiel. Die erste. Mehr eigentlich ein Kunstwerk. Wenn man das jetzt so gesehen hat, es war halt wirklich kein Gameplay hinter. Sondern es war eher so, wir schauen uns diese Insel an und hören diese Story zu. Ich hoffe es hat euch gefallen. Es ist ein kleines Spiel. Es ist ein kleines Spiel, unterstützt die Entwickler. Und wir kriegen weiterhin solche schönen Spiele mit so einer schönen Grafik. Es ist wunderschön. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei mir, dem Undertaker und Let's Play Games oder sonst irgendwas. Vielen Dank und ich würde mich freuen, wenn ihr noch andere Videos von mir anschaut. Danke und auf Wiedersehen. Tschüss.